Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Tricky Towers. Heute mit dem Manu, dem Maudado und dem Zombie. Viel Spaß bei der Folge. Das hier ist ein Rennen, Leute. Ein Rennen. Das letzte. Oh Leute, Tricky Towers, wer wird heute den höchsten Turm bauen? Wird Manu einen Block runterfallen? XD? Trollololol. Hey Leute, die letzte Folge, wo ich bei Klaus dabei bin. Offiziell bestimmt nicht. Bei Maudado bin ich noch bei einer Folge dabei. Weil ich hatte erst drei. Ich hab verkackt. Gerade hat er noch gesagt, noch sag ich es nicht, nein. Fünfzig Sekunden später, offiziell angekündigt, er ist nie wieder dabei. Viel Spaß damit. Oh nein, bitte. Ja, das war der Plan der Inter Klaus. Warum bist du so gemein zu ihm? Weiß ich nicht, irgendwo raus muss ich ja meine Freude ziehen. Hey, warum kippt denn jetzt hier alles? Ja, Manu. Du baust halt einfach schlecht. Ey, ohne Mist, ne? Zumal ich wusste es. Oh nein, was wird, was passiert? Maudado, du bist der Krakenmann. Bau einfach so hoch wie möglich und mach dann den fest. Oh, das ist mein Plan. Aber ich muss das machen, bevor ich die, 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 an der Linie kriege ich ja neu ist, oder? Krass ist jetzt aus. Ja, ja, genau, vor der Linie am besten. Aber der Linie sinkt ja langsam, deswegen würde ich einfach spammen. Ja, warte mal. Oh nee, jetzt hab ich. Ich spamm gerade? Ja, danke! Oh mein Gott. Oh nein, ich hab's verkackt. Ich hab alles, ich hab mein Leben zerstört, ich hab mich auch gepasst, wo die Linie ist. Ja, das sag ich jedem Part. Kann ich eigentlich am Anfang immer einmal sagen. Büsche, oh nein! Ich werf mal kurz den ganzen Tor um. Mann, ich will, ich will das nicht. Warum willst du es nicht? Der Klaus war ultra witzig, wie du es gesagt hast. Ja, richtig funni. Der Klaus ist der funnigste von uns, eif. Die Büsche, haaah, haaah Was ist denn los mit euch? Wenn ihr das Spiel nicht mehr spielen wollt, dann sagt mir doch vorher Bescheid. Ich will einfach nur ultra lustig sein. Er will einfach nur mal der Witzigste sein. Ey, Pontuide wäre der Witzigste. Ganz allein, schnapp ich sie miram, kenne die Gefahr. Klausimon! Oh mein ganzer Turmkämpf... Nein! Der kommt... Was? Warum fällt bei mir jetzt alles so... Go Maudado! Mach sie fertig! Mach sie fertig! Ich mach sie fertig! Ich hab sie fertig gemacht! Ja, mein Held! Alter, wir sind gleichzeitig, Maudado. Wir waren gleichzeitig. Hast du das gesehen, Maudado? Ja, wir waren richtig synchron. Wenn ich jetzt Dritter werde, verstehe ich die Welt aber nicht. Also wenn du jetzt... Eigentlich hast du... Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Richtig! Richtig tolle Runde! Ihr wart... Ihr wart so toxic! Report uns doch! Nö! Das habt ihr nicht verdient. Den Mausklick habt ihr nicht verdient. Oh, aber Wintercracker ist bestimmt in dem Spiel gut. Oh, okay. Ist doch schon mal wer dich ersetzt. Den könnt ihr fragen, ja. Wenn's Sommer geht, geh ich auch. Ja, ich auch. Wenn Maudado geht, geh ich auch. Lol. Ach, das ist Überleben auch. Oh, ich hab von so einem coolen Kampfspiel gehört. Slap City, das könntest du mal aufnehmen. Oh ja. Das leckt bestimmt nicht. Wieso lachst du jetzt? Weil die es grad aufgenommen haben. Hahahaha, stimmt! Was haben wir? Oh. Oh. Weil der Part hier sehr viel später kommen wird. Ups. Oh. Ne, Klaus lädt einfach alles nur falsch hoch. Achso, mein Fehler. Sorry. Die Folge hier gerade nehmen wir schon vor einem Jahr auf. Wir haben grad Weihnachten. Warum lacht keiner? Oh, ich freu mich gerade. Das neue WoW Addon Legion ist grad rausgekommen. Ja. Hä? Nicht Mr. of Pandaria? Nein. Ich hab doch gar keine Ahnung davon, Alter. Hast du nie WoW gespielt? Und trotzdem bin ich besser da drin als du. Oh. In deinen Träumen vielleicht. Beweis mir. Oh, mein Leben ist vorbei. Oh nein. Wir sollen alles könnten mehr. Äh, ich glaube das ist nicht gut was ich gemacht habe. Ich hab verloren! Ich hab verloren! Was ist hier gerade bei mir passiert? Los, Tommy. Du schaffst das. Wieso bist du doch einfach physisch fertig? Wir machen Klaus fertig. Wo kommt die Insel her? Die hab ich selber gemacht. Oh, Klaus. Wow, war das. Anlag die? Eis! Klaus ist am Ende, Leute. Ihr müsst nur lange rausfinden. Nein! Der ist sowas von am... Jetzt ist er raus. Er ist raus. Ich war im perfekten geraden Turm. Oh, perfekt. Das ist geil wie du den gestützt hast an der Seite. Plattform, Plattform. Ja, nochmal Zeit bekommen. Mach dir runter. Oh, oh. Warum hat Manu noch 3 Leben? Ja, weil Manu gut gebaut hat. Siehste? Oh, krank. Es kippt, es kippt, es kippt, es kippt. Ich bring mich gerade um. Es kippt, es kippt, es kippt. Das wäre so lustig wenn der sich... Ja! Wie hast du das geschafft 3 Leben zu verlieren? Instant einfach. Ich war gut. Guck doch lieber mal zu mir an statt zu dem. Ja, sorry. Oh ja, auch den Block der da unten ist. Mann. Oh. Wow. Ich war für Zombie. Ich war für Zombie. Weil der da vor für mich war. Ich war für Zombie. Weil der da vor für mich war. Was? Also ich hoffs. Also ich spiel gar nichts mehr mit euch nach der... Also ich würde sehr viel gerne mit euch spielen, aber ich weiß nicht ob ihr sehr viel gerne mit mir spielt momentan, wenn ich mir den Part hier gerade anhör. Ich bin echt kritisch. Hast du recht. Ach, oh, oh, oh. Das ist unfair. Das war richtig unfair. Vor allem wir ja noch lachten, obwohl es ernst gemeint ist. Ja. Oh! Achso. Okay, ich bin raus. Okay. Du auch. Haha, Klaus. Was ist so lustig, du Missgeburt? Was ist hier gerade passiert? Warum haben alle nur irgendwie 3 Sachen? Okay. Alter, Alter. Okay, das war noch schlechter als mein Try. Hauptsache mich auslachen. Ohhhh, komplettes Chaos. Keine Ahnung, ich geb auf. Ich hab's jetzt zweimal versucht. Ich lass es. Alter, als ob das hält. Und den stopfst du da jetzt rein, ja? Den stopf ich jetzt da rein. Ah, Maudato. Zau mal links jetzt. Links, links. Hä? Hast du gesehen? Er ist wieder raus geflogen. Was? Hast du es gesehen? Ja, richtig verdient. Er ist einfach raus geflogen ohne Grund. Einfach, ja. Ja. Ja, guck mal Manu. Was denn? Jetzt kommt der Ultra-Boof. Alter, als ob du das schaffen würdest. Der klappt nicht. Der klappt nicht. Ich glaube an dich. Ja. Du bist ja blöd. Du glaubst Manu auch alles. Ja. Und trotzdem nicht letzter, sondern ich. Ja, er ist zweiter. Ja. Alter, das ist echt traurig. Manu, wir sind beide dritter. Ist doch geil. Ja. Oder hat er die Lücke da unten aber nicht genutzt? Ja. Weil ich greedy war. Ich wollte so ein Ding... Die kann er dann gewinnen. Hä? Weil er keine sieben Blöcke da drin war. Ja, ihr habt ja alle nur einen drin, oder? Also... Oh man. Ich wollte nicht mehr darüber reden. Ist ja auch nicht. Obendren. Guck mal, wer als erster oben ist gewinnt. Was ist daran jetzt so witzig? Oh Mann, du checkst den. Ach, der Freedom Squad ist so lustig. Hä? Was? Was? Jetzt weiß ich, warum die Leute immer schreiben, der Not-So-Freedom-Squad ist besser. Hä? Das stimmt ja wohl mal gar nicht. Oh shit. Stimmt auch nicht. Naja, eigentlich ist das gemein, weil das jetzt irgendwie ein Diss gegen Paluten war. Aber der der einzige ist, der anscheinend nicht fucking retarded ist. Was? Was? Hammer? Hat er uns gerade alle beleidigt? Ich glaube schon, ja. Ja, Manu ist doch immer auf seiner Seite. Ich verstehe nicht mehr, warum er Manu beleidigt. Ich war gerade gar nicht auf seiner Seite. Ich habe mir richtig nicht abgeflamt. Hier, guck mal, das dreht sich! Boah, wie lustig du bist! Guck mal, sonst beschwert sich Klaus immer, dass wir zu wenig reden. Jetzt reden wir und dann beschwert er sich, dass wir zu dumm sind. Kann sich auch nicht entscheiden. Weiß schon, warum ich aufhör. Das ist er, der Dummer. Ja gut, Leute, ne? Das war doch wohl der letzte Part. Ihr habt alles mitbekommen. Das war doch wohl der letzte Part. Ihr habt alles mitbekommen. So. Boil gerade so gut, Alter. Es ist einfach wunderbar. Es ist wunderttoll. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr, was ich kommentieren soll. Ihr habt mich ein bisschen rausgebracht. Ja, aber wir haben einfach komplette Gameplay zerstört. Ich guck mal bei dir hin. Ach du Scheiße. Bis was Gutes passiert. Dann sage ich dir Bescheid, was du sagen musst. Oh, mein Turm geht kaputt! Das wäre richtig gewesen. Er muss das doch lernen. Er kennt das Game noch nicht so lang. Nur irgendwie vier Jahre länger als du. Guck mal ne Blase! Ich weiß auch nicht, warum manche Sachen hier schräg sind. Große Blöcke! Oh, große Blöcke! Ja! Große Blöcke! Oh, er ist runtergefallen. Oh, ne Plattform. Danke, Obama. Hat Obama damit zu tun? Der hat mir die geschenkt. Es kippt, es kippt, es kippt. Es kippt. Es kippt. Äh. Oh, ich muss nach oben! Stopp! Schade, Leute! Alter! Ich glaube, das ist die erste Runde. Okay, das waren unsere Punkte. Seit 25 Jahren. Die Klaus je gewonnen hat. Nein. Die Manu gewonnen hat. Funkt euch an, wie ich gebaut habe. Ist das nicht legendär? Unglaublich. Coole Intel hast du da oben. Dein dicker Block, der war halt Lucky as fuck. Lucky? Ich habe das mit Sommer abgesprochen. Ja. Mach den großen Block. Und dann habe ich gesagt, ja! Krieg ihn jetzt! Ja, Meister! Wir reden eigentlich noch auf einem anderen Teamspeak. Ich und Maudado und Manu. Deswegen reden wir immer so wenig bei dir in der Folge. Achso. Okay. Guck mal, wie der Noob sie jetzt wieder beschwert, dass wir nicht reden. Dafür habe ich aber auch Verständnis. Warum? Ich weiß es nicht. Ich werde das genauso machen. Ich mache das im WoW-Raid auch immer so. Und lasse dann über den Raid-Leader. Ja, das stimmt. Ja, okay. Das kenne ich. Manu, du weißt, jetzt wird dein nächstes auch gesperrt, weil du so schnell runter gegangen bist. Hä? Doch. Wollten wir. Achso. Findest du Manu? Ja. 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 Okay. Was ich hier baue, ist einfach wunderbar. Was habe ich hier gebaut? Ich habe alle drei einfach übereinander gestapelt, aber es hat funktioniert also. So Geilo habe ich noch nie gebaut. Oh, hier eine Plattform. Oh nein. Oh nein, was passiert? Nee. Glück gehabt. Oh, das ist nicht praktisch. Oh, ich habe schon wieder sowas. Cool. Und eine Plattform. Let's go. Glück. Leute, könnt ihr aufhören, so hochzubauen? Ich finde das langsam nicht mehr angenehm. Höher. Ich sehe noch alles. Oh, nur eine Plattform. Danke. Hoch, hoch, groß, 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 groß. Hä? Ihr müsst draufgehen, draufgehen. Dann könnt ihr die nicht essen. Was soll ich tun? Ihr müsst draufgehen. Ihr müsst draufgehen. Dann könnt ihr die nicht essen. Jetzt bin ich deswegen tot oder was? Nee, doch nicht. Äh, bin ich tot? Ich bin deswegen gerade fast gestorben. Oh nein. Nein. Ich habe Scheiße gemacht. Oh, oh, ich auch. Ich habe zwei Leben auf einmal verloren. Okay, bei mir ist alles schräg. Was passiert jetzt? Ja, alles klar. Äh. Was mache ich dagegen? Krieg, bitte. Ich will einen Stein, Stein, Stein. Ja, ich bin dauernd, danke. Oh nein. Ah, ich bin vor Manu gestorben, ja. Nein. Alter. Bitte hoch, bitte hoch. X, X, X. Oh, gewonnen. Alter, habt ihr vier Plattformen oder was? Ah, fuck. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Er hat zwei Leben auf einmal gekostet. Was los, keine Punkte bekommen. Ja, zweimal hintereinander schon. Der kriegt gleich wieder, der gewinnt noch. Na. Ich glaube an Zombie. Will ich gewinnen? Ich will auch nicht, dass Zombie gewinnt. Ich auch nicht. Ich glaube an Zombie. Oh. Also ich gönn vielen den Sieg, aber Zombie, Maudado und Manu sind es in dieser Runde nicht. Warum? Warum jetzt nicht? Warum hast du so fallsehlich? Also gönst du allen außer uns den Sieg. Genau. Hätte ich besser ausdrücken können. Sorry. Mein Fehler. Ich fang da einfach an zu heulen. Bitte nicht. Bitte nicht. Wobei doch, dann habe ich einen guten Titel. Ich sag uns, schau mal was die Fähigkeit ist. Hätte ich vor, immer der Erste, der die Fähigkeit bekommt, bekommt immer nur Kacke. Oh. Hey. Oh. Der Turm, der wackelt. Der Turm, der wackelt. Äh. So gut. Hat jemand von euch jetzt eine Insel bekommen? Hier, Leute. Gruß wahrscheinlich. Oder irgendwas. Ich frage jetzt eigentlich. Hier, guck mal. Was tue ich jetzt da mit Hilfe? Einsetzen. Kurs ich hier baue. Alter. Du lebst gefährlich. Wir sind ein Architekt. Ja. Bin ich. Augeil. Ich weiß nicht, was gefährlich ist. Gefährlich ist das, was du gerade machst. Warum? Ich weiß es nicht. Hör doch die scheiß Linie. Okay. Was tue ich hier, Hilfe? Ich finde das, also ich finde das im Rennen echt zu risky, auf eine Plattform zu bauen. Dafür wollte ich zu. Alter. Alter. Ich werde, ich werde, ich werde abgeschoben. Fragezeichen für euch. Oh, danke. Bitte. Oh, nee. Das kommt weg. Okay. Oh, nee. Und ich habe es direkt eingesetzt. Ich trottle. Ja. Vorhin war es noch gut. Jetzt ist ein bisschen Trottle. Weil ich einen doofen Block hatte, meinte ich. Ich habe eine Plattform bekommen, aber mein Turm war so scheiße, dass ich einfach nichts machen konnte. Ups. Genau. Genau. Warum kippst du jetzt? Alter, ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Ich würde dir mal gerne zugucken. Aber dafür habe ich noch keine. Nein, ich habe meine Plattform. Ach man, ich habe schon wieder den selben Fehler gemacht, Zombie. Ja, dann achte beim Cut mal wirklich nur auf mich. Ich glaube, du wirst sehr viel Spaß haben. Glaubst du das? Glaubst du das? Hä? Oh. Da stand doch Gewicht oder nicht? Hä? Ja, beides. Habt ihr bekommen. Achso. Nee, nee. Warum habe ich schon wieder eine Schräge? Ich weiß es nicht. Warum wackelt das so? Lol. Das war der beste Move, den ich je gemacht habe in dem Spiel. Ich kann wieder spielen. Alter, jetzt ist Maudado. Nee, oder? Maudado hat gewonnen. Maudado hat gewonnen. Maudado hat gewonnen. Nein, ich meine gerade ist Zombie jetzt. Ja, Maudado, go. Ja, gewonnen. Und ich bin ein Punkt von Manu. Gewonnen. Glückwunsch, Maudado. Danke. Glückwunsch, Manu. Ich danke Zombie, der das ermöglicht hat. Sehr gerne. Habt ihr gerne, Maudado. Dann schaut in die Beschreibungen rein. Da sind die eventuell verlinkt. Ich überleg mir das nochmal. Und bis zum nächsten Mal, was es auch immer sein wird. Tschüss.